Hallo, mein Name ist Iris Günniger, ich bin Expertin für Achtsamkeit. Ich begleite Unternehmer darin, zurück in ein erfülltes Leben zu finden. Das Leben, was sie wirklich aus dem Innern ihres Herzens leben wollen. Möchtest auch du glücklich und erfolgreich sein? Vielleicht kennst du das auch. Du weißt nicht mehr, wofür du es tust, was du tust. Du fragst dich nach dem tieferen Sinn des Ganzen. Du fragst dich, wo die Jahre geblieben sind, ob das alles gewesen sein soll. Du wünschst dir mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben. Zeit für dich selbst und mit deiner Familie. Mehr Spaß, mehr Wohlbefinden, Unternehmung mit Freunden. Und Zeit damit zu verbringen, was dir wirklich wichtig ist im Leben. Wenn du nur noch das Gefühl hast, nur noch zu funktionieren, dann wird es Zeit, dass du etwas änderst. Dass du anfängst, in dein Herz hinein zu horchen, dir selbst zu vertrauen und herauszufinden, was es ist, was dich begeistert. Ich bin der Meinung, dass jeder Unternehmer dann auf dem richtigen Weg ist, wenn er leidenschaftlich begeisternd seinen Weg folgt. Und vielleicht bist du einfach nur vom Kurs abgekommen, dass du gar nicht mehr deine ursprüngliche Vision verfolgst. Es ist Zeit, dich wieder selbst in den Mittelpunkt zu stellen, herauszufinden, was du aus dem Inneren deines Herzens wirklich willst. Und dabei möchte ich dich als Coach gerne begleiten. Vielleicht ist es auch Zeit, deine Einzigartigkeit zu entdecken, das, was du ganz besonders kannst, dich von der Masse abzuheben, herauszufinden, wo deine Berufung steckt, dein besonderes Potenzial. Denn ich glaube daran, dass es jeder Mensch in sich hat und dass jeder Mensch sich einzigartig von der Masse abheben kann. Vielleicht ist es auch Zeit, deine Big Five for Life zu entdecken, das herauszufinden, die wichtigsten Lebensziele in deinem Leben, was sich von innen erfüllt. Und das dann auch zu leben. Es ist in der Regel ganz einfach. Du musst anfangen, aus dem Inneren heraus zu handeln, aus dem Mittelpunkt deines Herzens heraus, dich selbst wichtig zu nehmen und dann konsequent deinen Weg gehen. Heuche in dir hinein und finde heraus, was es ist. Auf diesem Weg möchte ich dich als Coach gerne begleiten. Ich habe mir vorgenommen, fünf Millionen Menschen zu inspirieren, Impulse zu geben mit meinem Podcast, meinem Buch, allen Angeboten, die ich mache. Und es wäre sehr schön, wenn du ein Teil davon bist, dass du ein Stück weit meinen Weg begleitest. Zögere also nicht. Greif jetzt zum Telefon und vereinbare ein Gespräch mit mir. Zögere also nicht.